und ich kann nicht sagen es sind mindestens den Kostmann dabei 2 bis 7 4 sind bisschen mehr als 280 gleicher schon bei 300 und bei Wikipedia gesagt wurde die über 300 65 als für jeden Tag des Jahres 1 das ist schon eine Menge und hier kann man noch mal alle nach so kann man noch mal die Information das fände ich immer nachdem ich so ein ganzes Dings hier vollgemacht habe ich hier vervollständig habe um wenn ich das machen der Buchstabe T es ist der 20 Buchstabes Alphabeten der ersten Buchstabes Brotus von Arno der Buchstabe R ist der 18 Buchstabes Alphabeten der erste Buchstabes Sportrennen oder 3 keine Ahnung Kast der 11 Buchstabes Alphabeten und Kicken ähm 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 äh 11 und Flagge und ja ja mhm ja 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 ich sag dazu nichts Kicken und äh ja wer kennt es nicht das gute Wort mit den selben ja 11 und 90 Buchstaben so äh ich komm heute nicht mehr klar ich glaube ich werde morgen früh wenn ich aufwache denke ich mal vielleicht noch ein paar Folgen aufnehmen weil äh es macht einfach voll Spaß das Spiel also wirklich auch wenn es jetzt nicht so auszieht auch wenn ihr jetzt denkt oh das ist total langweilig und so ähm wie gesagt ist es nicht so gut als jetzt Play geeignet ähm ich würde sagen das das ist eher ein Walkthrough ist ja Walkthrough weil naja man kann nichts richtig falsch machen oder es ist eher was heißt man kann nichts richtig falsch machen ähm hallo hallo ähm ja was wollte ich sagen es ist eher eine Hilfestellung ja was wollte ich sagen ähm als das ist wirklich Sexplayers also für die die bei einem Rätsel oder so nicht weiterkommen für die ist das gemacht für Leute die jetzt äh so auf Action Spiele Krone Trigger Rollenspiele sowas stehen das nein das ist nichts aber ich werde das auch denke ich manchmal als Sexplay machen halt als Walkthrough und das dann steht Picross 3D Walkthrough ähm halt für die die es interessiert für die die es nicht interessiert müssen das nicht sich nicht angucken also ihr müsst euch allgemein meine Videos nicht angucken weil ich finde sie die von der Qualität her ziemlich schlecht obwohl ich jetzt durch meinen neuen PC wirklich ähm gute Aufnahmequalität glaube ich machen kann und ja das wird das wird wirklich ach komm nächstes Rätsel und ihr seht 23 Sekunden 16 Sekunden das geht alles noch ziemlich flott wenn ich ach ich bin so dumm wenn ich mich dann an spätere Rätsel wagen wo dann ein Rätsel vielleicht mal 5 Minuten oder so geht also dann wird es schon ziemlich happig und ja ich spiel das Spiel auch nicht blind obwohl man solche Spiele glaube ich nicht blind spielen kann auch Picross also das normale Picross kann man glaube ich nicht blind spielen ähm ja zum Thema ähm Picross 3D normales Picross was mag ich lieber falls dieses Thema aufkommen sollte während ich nicht da bin ich bin jetzt nochmal ich glaube bis Montag also nochmal eine gute Woche nicht da ähm falls dieses Thema aufkommen sollte ich mag wirklich Picross 3D mehr muss ich eindeutig gestehen weil ich finde es von der Schwierigkeit her nicht so schwer wie das normale Picross weil na gut die normalen Picross sind eigentlich auch relativ einfach wenn man ein bisschen geschickt hat obwohl das Picross auf dem DS wirklich schwer ist auf Stufe schwer das ist hier nicht so weil hier wird dann immer noch so ein Fehler angesagt bei ähm dem Picross also bei dem normalen Picross ähm für den DS wird das nicht mehr gemacht das heißt ihr seid eigentlich völlig auf euch allein gestellt und das macht es schon ziemlich schwierig meine Schwester hat es geschafft also die macht das wirklich ziemlich gerne solche Picross Rätsel und die kann es auch wirklich gut die hat doch alle wirklich alle Rätsel von Picross 3D äh von Picross 3D von Picross gemacht auch diese Geheimrätsel wenn man alle gemacht hat mit diesem also mit diesen ganzen Nintendo Konsonen und so also wirklich erstaunlich ähm ja dafür verdient sie meinen höchsten Aspekt da haben wir da hallo ähm ja und was kann ich noch sagen was kann ich noch sagen äh oder werde ich jetzt schon aufhören weil ich habe ja eigentlich genug Folgen jetzt gemacht das sind jetzt glaube ich drei oder vier Folgen die ich jetzt aufgenommen hab ähm wartet ich will nur gucken ähm ähm ich werde dieses Rezept noch machen und dann noch ähm ich glaube danach kommt das mit den Zahlen im Quadrat dann werde ich aufhören weil ich bin einfach zu müde und ausgelaugt als dass ich jetzt noch irgendwie was aufnehmen kann ähm also ich könnte schon noch was aufnehmen aber ob das dann so eine Qualität hat hat ähm ähm so halbwegs gewohnt seid von mir ähm kann ich dann nicht mehr ja was kann ich sagen kann ich ja nicht mehr ähm ähm vorhersagen sag ich jetzt mal so also weil ich dann ja sicherheit schon dass ich nicht so wirklich Worte für irgendwas finde und auch ziemlich müde bin also vielleicht kriegt ihr das jetzt so nicht mit weil ähm ich vielleicht immer so bin vor allem ich glaube das kriegt man schon so ein bisschen mit dass ich ein bisschen ausgelaufen bin aber ähm ich bin heute erst wieder gekommen vom Urlaub war sehr schön ähm ja ich wollte jetzt wirklich noch mal was aufnehmen bevor ich dann wieder in den nächsten Urlaub gehe der aber wirklich nicht so lange dauert der auch deutschland intern bleibt fliege ich fahr ich Richtung Berlin ähm und da freue ich mich drauf wirklich ähm und dann ja geht's am Montag denke ich mal noch nicht oh gut oh jetzt kommen die Sterne genau hier erfährst du alles über Sterne und Boni das werde ich jetzt noch machen du erfährst alles über Sterne und Boni und für die höchste Aufgabe erhältst du einen Stern das heißt immer wenn ihr ein irgendein Rätsel löst kriegt ihr einen Stern wenn ihr keine Fehler macht bekommt ihr einen zweiten Stern und wenn er es in der Zeit schafft den dritten das möchte ich machen das möchte ich machen deswegen dafür gibt es auch diese Boni Bonusrätsel ähm für eine bestimmte Anzahl von ähm Stern Stufe 3 mache ich jetzt noch diese 5 Rätsel ähm was würde ich noch sagen ja oh oh scheiße ups habe ich an mein Mikrofon gefasst ich glaube das hat man auch gehört tut mir leid ähm ja bleibt deutschland intern ähm und wird denkst mal sehr schön Salin ist ja auch eigentlich eine sehr schöne Stadt was heißt eigentlich ist es eine sehr schöne Stadt ähm ja wird schön und ähm ich hoffe mal ihr seid mit dem was ihr jetzt noch zu dafür gekriegt habt zufrieden ich wollte es eigentlich schon früher aufnehmen aber ich bin jetzt nicht dazu gekommen weil ich musste da ich ja einen neuen PC habe konnte ich das jetzt nicht so schnell aufnehmen also muss erst mal alles alles wieder neu machen das heißt nicht dass irgendwie jetzt ich nochmal Kronenschicker oder sowas nochmal neu machen muss W ! w